Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich auch keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, wieder einmal ein neues Video bezüglich XRP Ripple, denn in meinen Augen gibt es hier wieder sehr gute Nachrichten, die auf jeden Fall, ja, uns alle, die interessiert an Ripple sind oder an XRP sind, das sehr positiv sein kann. So mal ganz kurz zusammengefasst, aber bevor ich jetzt hier viel rumquatsche, beziehungsweise unnötiges Zeug quatsche, kommen wir einmal zu den wichtigen Daten und XRP, wir sehen es hier aktuell mit einem Mini-Mini-Mini-Minus, auch das Volumen der letzten 24 Stunden war oder ist etwas geringer, aber wir wissen es selber, es ist Wochenende und da ist allgemein natürlich viel, viel weniger los. Aber was gibt es jetzt für Nachrichten? Und ich hatte ja schon letzte Woche darüber gesprochen, alles symbolisch eingestellt, alles positiv eingestellt bezüglich der Gerichtsverhandlungen. Ich hatte auch mit jemandem, der mir in den Kommentarfunktionen einen Kommentar hinterlassen hat, ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, ja, Alex, erzähl doch mal, alles, alles positiv, alles bullisch, aber nichts passiert hier großartig bei Ripple. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolut richtig, das kennen wir auch von Aktien, von anderen Bereichen, aber hier muss man immer noch und weiterhin sagen, es ist diese Klage am Hals von Ripple und ohne diese, beziehungsweise solange diese nicht irgendwie vom Tisch ist, wird nicht großartig etwas passieren. Also jeder, der denkt irgendwie, jetzt wird XRP um 100% steigen, als Beispiel jetzt, und die Klage ist noch auf dem Tisch, der wird leider Gottes wahrscheinlich enttäuscht werden. Aber immer mehr Leute stehen hinter Ripple und immer mehr Leute, wichtige Leute, Anwälte und so weiter, sagen, dass Ripple eigentlich schon so gut wie gewonnen hat. Denn es geht um mehrere Dinge und das gab es jetzt im Prinzip als News und zwar Ripple erhält Rückendeckung vom US-Blockchain-Verband im Prozess mit der SEC. Das ist natürlich gut, wenn man Leute im Hintergrund hat, die auf jeden Fall auf der Seite von Ripple sind, gar keine Frage. Und zwar geht es hier darum, in dem Schreiben argumentiert der Verband, die SEC wendet den sogenannten Huawei-Test falsch an. Dieser Test ist in den USA Basis für die Entscheidung, ob eine Investmentmöglichkeit als Securities, also als Wertpapier einzustufen ist und damit genehmigungspflichtig wird. Die SEC sieht das für XRP als gegeben an und will Ripple deshalb für den unerlaubten Verkauf seiner Kryptowährung bestrafen. Der Blockchain-Verband hingegen betont, dass XRP und auch natürlich andere Altcoins könnten keine direkte Beteiligung an einer herausgegebenen Firma wie Ripple bedeuten, da die Verkäufe nicht von einem übertragbaren Investmentvertrag begleitet würden. In dem Verband sind neben Ripple auch andere Altcoins Vertretende. Und der Verbandsvorsitzende kritisiert natürlich auch die Pressemitteilung, die SEC verfolge eine Strategie von Regulierung durch Verstreckung, auch sehr interessant. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die SEC versucht ja wirklich schon seit Jahren im Bereich von Kryptowährungen hier endlich mal was auf die Beine zu stellen, aber egal was sie anfassen, funktioniert nicht, muss man mal ganz ehrlich sein. Und das ist wirklich interessant, dass es hier selbst ein Verband sagt, die SEC macht ihre eigenen oder interpretiert ihre eigenen Gesetze falsch oder Vorgaben falsch. Aber dieser Verband sagt auch hier, solche Schreiben an das Gericht sind nicht als Beweismittel zu werten, sondern als Erklärungshilfen, warum ein einzelner Prozess weitreichende Konsequenzen haben könnten. Hier geht es um diese Amikus. Und so darf sich Ripple für den Moment darüber freuen, logisch begründete Solidarität aus der Kryptobranche zu erleben. Doch ein Freispruch für XRP ist damit noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, genau das ist der Punkt, Entschuldigung, das ist der Punkt, dass eben hier trotz allem, dass alle bullisch sind und alle sehr, sehr positiv gestimmt sind, es noch kein grünes Licht für Ripple ist. Was aber auch wieder sehr interessant ist, ist hier Ripple, könnte die SEC eine vernichtende Niederlage erleben. Auch der Huawei-Test zur Klassifizierung von Kryptowährungen könnte infolgedessen diskreditiert werden. Hier geht es im Prinzip auch darum. Aber hier ist das Interessante noch anzusprechen, ob dieser Test bei der SEC allgemein abgeschafft werden soll. Denn er ist halt von 1945, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da muss man natürlich mittlerweile sagen, es hat sich einfach vieles geändert. Und ein Anwalt meint, Anwalt Jeremy Hogan meint, die SEC könne nur noch gewinnen, wenn die vorsitzende Richterin Torres ihr erstes Jahr an der juristischen Fakultät vergisst. Also das ist auch ein sehr amüsanter und lustiger Satz hier, muss ich sagen. Denn ja, alles spricht eben viel für Ripple. Und man muss sich auch vorstellen, Ripple hat selber gesagt, okay, wir bezahlen eine Geldstrafe und damit ist die Sache vom Tisch. Sagt die SEC, nein, das wollen wir nicht. Also ich würde an Ripple mittlerweile auch sagen, ja, dann zahlen wir natürlich auch kein Geld oder unser Angebot ziehen wir zurück. Denn wenn ihr hier weiter streiten wollt, obwohl es rein theoretisch in Anführungsstrichen mit Gänsefüßchen, mit keine Ahnung was, muss man sich ja vorsichtig ausdrücken, ist hier natürlich immer noch die Gefahr gegeben, was ich auch die ganze Zeit sage, Behörden in der USA, ja, die halten leider Gottes sehr oft zusammen. Dann XRP-Vorhersage, Preisvorhersage, eine Milliarde Trading-Volumen, wie hoch kann XRP steigen. Das sind immer sehr, sehr, ja, amüsante Berichte, die man hier lesen kann, obwohl es hier wirklich darum geht, dass eben nach Abschluss der Kurs auf jeden Fall auf 3,40 steigen könnte. Gehe ich auch sehr stark davon aus. Die Frage ist halt, und die bekomme ich immer wieder, jetzt investieren oder noch warten, ja, das ist die gute Frage hier. Entweder man ist Zocker, in meinen Augen, dann geht man hier mit einer Position rein, oder man sagt halt einfach, ich warte erst mal ab, bis hier dieses Gerichtsurteil wirklich, ja, vom Tisch ist oder entschieden ist, um dann selbst zu entscheiden. Und dann glaube ich tatsächlich, dass es hier wirklich relativ schnell, ja, wenn es positiv ausgeht, sehr, sehr schnell nach oben gehen kann. Und jetzt kommen wir zur allerletzten und weiteren großen Nachricht, und zwar großer Meilenstein erreicht, Q3-Bericht widerlegt, Zentralisierungsvorwürfe. Ja, zum ersten Mal liegt die Menge an XRP, die in verschiedenen Wallets von Ripple gehalten wird, unter 50 Milliarden und somit unter 50 Prozent des gesamten ausstehenden Angebots. Ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr interessant ist. Es ist wirklich das erste Mal, dass es so ist, und dass Ripple nur noch die Kontrolle über weniger als 50 Prozent der XRP hat, bezeichnet der CEO Garlinghouse als einen der wichtigsten Meilensteine. Bezüglich der Aussage über eine Zentralisierung des Systems, gab man bekannt, dass Ripple selbst nur vier der Welt weit mehr als 130 XRP Ledger-Validatoren betreibt. Also das ist auch sehr interessant. Weniger als 50 Prozent hält nun Ripple selber. Was aber nichts Negatives ist, überhaupt nicht. Die Nachfrage hier an Ripple, man sieht es ja wirklich, es ist nach wie vor sehr, sehr stark. Es ist, ja, alle warten, beziehungsweise man könnte jetzt hier am Chart sagen, alle warten nur auf die Entscheidung. Es geht natürlich immer ein bisschen hoch und ein bisschen runter und ein bisschen hoch, aber grundsätzlich alle warten hier meines Erachtens darauf, dass hier endlich eine Entscheidung getroffen wird. Wir können mal in den Jahreschart gehen. Ihr seht es hier, dass wir wirklich, ja, ganz schön gefallen sind. Und das heißt aber überhaupt nichts. Also das All-Time-High hier oben, wenn es positiv verläuft, wenn wirklich die Gerichtsfassung positiv verläuft, gehe ich davon aus, dass man relativ zeitnah danach ein neues All-Time-High erreichen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.